Ist das das Auto, das zu Ihnen passt? Es ist ein BMW aus dem Jahr 2014. Er hat einen Dieselmotor und ein manuelles Getriebe. Nehmen Sie am Steuerplatz und lassen Sie sich durch das geräumige Fahrzeuginnere überraschen. Wenn Sie möchten, können Sie eine Probefahrt mit diesem BMW machen. Rufen Sie uns an, um einen Termin zu vereinbaren.